Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Clip. Ich bin gestern am Samstag, den 3.3.2018 bei der ersten E-Mobility Parade in Berlin mitgefahren. Organisiert wurde das ganze von Coop. Das ist dieser mittlerweile größte, zumindest in Berlin, Elektroroller-Sharing-Anbieter. Neben Emmi kenne ich die noch. Das sind diese grau-grünen Roller, die überall im Stadtbild rumstehen. Von denen wurde das ganze organisiert. Allerdings war das jetzt nicht nur beschränkt auf die Roller von Coop, sondern generell für alle Leute, die Lust haben, bei einer E-Mobilitätsparade mitzufahren. Unter anderem bin ich dann mit der Zero mitgefahren, habe dann noch für RobinTV ein bisschen ein paar Aufnahmen aus hellen Sicht gemacht. Da gibt es auch einen ganz coolen Clip von ihm. Den habe ich gleich mal einen Anhang mit reingepackt unten. Es war noch eine Renault Zoe war noch mit dabei. So ein Auto-Sharing-Unternehmen. Ich werde mir da jetzt gerade nicht einreichen. nochmal nach. Das ganze stand unter dem Motto Nutzen statt Besitzen. Das heißt also unter anderem gegen die Parkplatznot beziehungsweise gegen die ganzen Staus, die dann durch viele einzelne Autos entstehen bis hin zur Luftverschmutzung und Lärm und Zeitverlust im Stadtverkehr, was die normale einzelne Mobilität mit sich bringt. Ihr habt sicherlich auch schon gesehen. Ich habe auch schon mehrmals darauf hingewiesen oder beziehungsweise auch schon erkannt. Wenn Autos unterwegs sind, dann sind es meistens immer nur ein, maximal zwei Personen im Auto. Das heißt also der Platz wurde gar nicht wirklich genutzt. mehrere Stunden am Tag steht das Auto rum ungenutzt. Das heißt also da könnte man mit einem Sharing-Unternehmen oder mit sämtlichen anderen Ideen, wie zum Beispiel bei Sonomotors, da gibt es den Sion, der hat dann gleich ab 2019, den gibt es jetzt noch nicht, aber den wird es dann geben und der hat gleichzeitig so eine App mit drin, dass ich das Auto praktisch verleihen kann. Das heißt, wenn ich es nicht nutze, kann ich die Zeit einstellen, wann ich es nicht benutze, den Akkustand, den ich noch brauche zum Schluss und dann kann ich das Ganze praktisch verleihen. Das heißt, dadurch können mehrere Leute, mehrere Personen ein Fahrzeug nutzen und das sich aufteilen. Dazu gibt es dann noch Ride-Sharing. Das heißt also, wenn ich eine bestimmte Strecke fahre, dass ich angebe, wo ich langfahre, wo ich hinfahre und sich dann verschiedene Leute, die die App auch haben, mit einklicken können und dann das Auto nicht leer ist oder beziehungsweise nur eine Person, sondern wirklich dann voll ist. Genau, Clever Shuttle hieß das andere System. Auch eine sehr interessante Sache, da geht es halt eben um dieses Ride-Sharing. Also gibt es mittlerweile schon ziemlich viele Ansätze. Neben Coop gibt es in Berlin noch das Roller-Sharing EMI und haufenweise Fahrrad-Sharing-Anbieter, mittlerweile ganz massiv von Mobike. Habe ich selber schon probiert, das ist eine sehr simple, einfache Sache. Einmal kurz angemeldet, kann ich mit dem Handy das Fahrrad zum Beispiel freischalten. In dem Fall waren das pro 30 Minuten 50 Cent. Also eine wirkliche Alternative für kurze Strecken oder wenn ich wirklich in Zeitnot bin, zum Bahnhof kommen muss. Ja, was weiß ich, für kurze Strecken. In jedem Fall gut gemacht. Für längere Strecken dann, also gerade durch die Stadt vielleicht, diese Roller-Sharing-Geschichten. Auch da wird sich sehr leicht angemeldet und dann kann man das über die App wunderbar nutzen. Für größere Strecken. Ansonsten bleibt natürlich noch der öffentliche Personennahverkehr, mit dem das Ganze denn rund wird. Hier sind so ein paar tolle Sachen aufgedruckt auf dem Flyer, den ich bekommen habe, dass zum Beispiel 51 Prozent der Großstädter, also knapp die Hälfte der Leute, in ein paar Jahren gar kein Auto mehr kaufen würden, sondern das nur noch über den öffentlichen Straßenverkehrsanbieter und diese ganzen Sharing-Geschichten abdecken möchte. Neben der Luftverschmutzung, klar, gibt es ohne Ende Staus in der Stadt. Jeden Tag gibt es in Deutschland 1.900 Staus mit einer Gesamtlänge von knapp 4.000 Kilometern. In Berlin liegt die volkswirtschaftliche Verlust bei Parkplatzsuche bei 1,8 Milliarden Euro jährlich und der Deutsche verbringt im Durchschnitt in deutschen Städten 41 Stunden pro Jahr mit der Parkplatzsuche. Das sind also alles Sachen, die für diese Sharing-Geschichte sprechen. Ganz klar. Viele haben so ein bisschen Berührungsängste, kennen das vielleicht noch gar nicht, aber ich gebe euch den Tipp, probiert es einfach mal aus. Das macht viel Spaß. Also gerade die Leichtigkeit, die Ruhe, die Verfügbarkeit, dass ich also wirklich von Tür zu Tür fahren kann, ohne jetzt großartig irgendwie mit einem Auto zu fahren, gegen Parkplatzsuche machen, Kopf- und Parkplatzsuche machen muss. Also das funktioniert schon alles ziemlich, ziemlich cool. Ja, genau. Also Kup war da der Organisateur. Erstes Mal die Fahrt. Es war ziemlich kalt, es war minus fünf Grad, allerdings ohne Ende Sonnenschein. Das war also echt traumhaft. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind also um 13 Uhr haben wir uns getroffen. Um 13.30 Uhr ging es dann los vor der TU hinter der Straße 17. Junis am am Ernst-Reuter-Platz und ging dann über Straße 17. Junis zum Badenburger Tor, wo wir nochmal kurz einen Halt gemacht haben und dann weiter zum Rosa-Luxemburg-Platz, wo es dann nochmal ein bisschen Tee gab, nochmal eine End-Ab-Moderierung von RobinTV und dann war das Ganze schon durch. Ich hoffe, dass wir genug Aufsehen erregt haben. Ich hoffe auch, dass noch mehrere Leute die Sachen mitgefilmt haben und auf den öffentlichen, beziehungsweise auf den sozialen Medien Teilen, um wirklich nochmal aufmerksam zu machen, wie toll das Ganze ist. Und dass die nächste E-Mobility Parade dann ein bisschen größer wird. Also ich schätze mal, wir waren so um die 50 Roller, geschätzt. Gezählt habe ich es nicht, weil es einfach ein Wusel war ohne Ende. Wer Lust und Launer kann ja gerne mal mitzählen. Ich habe ab und zu mal am Straßenrand gestanden und habe mal die ganze Sache vorbeifahren lassen. So viel vorab dazu. Und jetzt gibt es natürlich noch einen Vorgeschmack auf die ganze Geschichte und die Sachen, die ich mitgefilmt habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen und bis bald. Ciao, ciao! Anweisungen, die wir natürlich alle befolgen wollen. Soll ja alles friedlich sein. Wir wollen zwar heute mal laut für die Elektromobilität sein, die ja sonst eigentlich ein bisschen leise ist. Ja, aber da gibt natürlich noch ein paar wichtige Informationen und die hat jetzt die Besorgung gemacht. noch ein bisschen... Ja, der muss sich auch nochmal vorstellen, dass sie auch Leute aus dem Autofen gehen. Ja, das ist das aber wichtig, dass sie einmal die Azeitschaffel gehen. Dann einfach, dass sie jetzt mehr auf dem Auto gehen. Freitag ist voll. So, zwei Autos, Werber-Shuttle. So, zwei Autos, Werber-Shuttle. So, zwei Autos, Werber-Shuttle. So, zwei Autos, Werber-Shuttle. Es ist leer, es ist so gut, es ist so gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Raus mit dem Dreck aus den Städten! Fahrt elektrisch! Sherry is here! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, das können wir jetzt an. Das kennt ihr ja hier, das geht nicht nur mit Kurwappen, das wir heute ausprobieren, das geht auch mit Clevershuttle zum Beispiel. Das habe ich selber auch ausprobiert. Jetzt heute und auch die Läppen hier malen. Das ist total geil. Da setzt ihr euch einfach Ridesharing, nenn ich das Ganze. Da setzt ihr euch einfach mit anderen Leuten ins Auto. Ja, da kommt man in Österreich und man spart ordentlich Geld. Ich vergleiche schon den Chassis. Mit Clevershuttle zum Beispiel gehört man von Elektro. Es gibt da noch viele weitere Konzepte bei BMW. Da kann man auch natürlich mit Drive-Namen nicht reinfahren. Oder ihr könnt euch auch zum Beispiel... ... ... ... ... ... ...